Die Jahre gehen ins Land, doch unsere Hollywood-Lieblinge sehen immer noch so jung aus wie am ersten Tag ihrer Karriere. Da fällt es uns schwer zu sagen, wie viele Jahre die Stars eigentlich auf dem Buckel haben. Wir haben für euch acht Promis, die garantiert älter sind, als ihr denkt. Oscar-Gewinner Jared Leto hat einen ganz besonderen Geburtstag. Er kann nämlich noch völlig im Weihnachtsfieber Geschenke auspacken. Am 26. Dezember 1971 erblickte das Multitalent das Licht der Welt. Und wer bei seinem Geburtsjahr schon fleißig angefangen hat, an den Fingern abzuzählen? Ja, Jared Leto ist tatsächlich bereits 47 Jahre alt. So wie für viele Fans scheint auch für Talkmasterin Ellen DeGeneres Jareds ewige Jugend ein großes Mysterium zu sein. So groß, dass sie ihn 2017 sogar ein Spiel dazu spielen ließ. Hier musste er selbst herausfinden, wie alt er auf seinen Fotos ist. Und das ging mächtig in die Hose. Ähnlich könnte es uns bei dem The Big Bang Theory-Star Johnny Galecki ergehen. Der umjubelte Schauspieler wurde am 30. April 1975 geboren und ist demnach 43 Jahre alt. Hättet ihr das von dem Lennart-Darsteller gedacht? Coole Nerd-Shirts halten also offenbar jung. Aber wenn wir schon bei dem Thema The Big Bang Theory sind, wie steht es eigentlich um Jim Parsons, der den Ober-Nerd Sheldon Cooper verkörpert? Ja, bei ihm darf man mindestens genauso geschockt sein. Er hat schon 45 Jahre auf dem Buckel. Alison Hannigan sieht einfach immer umwerfend aus. Aber Moment mal, der erste Teil der American Pie-Reihe stammt aus dem Jahr 1999. Was bedeuten würde, dass die Schauspielerin selbst nicht mehr die Jüngste sein kann. Und tatsächlich ist die Schauspielerin schon 44 Jahre alt. Verrückt. Und jetzt Hand aufs Herz. Findet ihr nicht auch, dass Jennifer Aniston seit ihrer Zeit bei Friends um keinen Tag gealtert ist? Dabei müssen wir uns auch hier wieder den Fakten stellen. Die erste Folge der erfolgreichen Sitcom wurde im September 1994 im US-Fernsehen ausgestrahlt. Aber wie alt ist Jen dann? Ein Tipp? 2019 wird es für sie ein runder Geburtstag. Dann wird die Ex von Brad Pitt tatsächlich 50. Und auch er wird immer der kleine, süße Junge aus tatsächlich Liebe an der Seite von Liam Neeson bleiben. Dabei ist Thomas Brody-Sangster inzwischen stolze 28 Jahre alt, hat in Filmen wie Mace Runner geglänzt und begeisterte im HBO-Hit Game of Thrones. Hach, an den Erwachsenen Thomas müssen wir uns wohl einfach noch etwas gewöhnen. Hollywood-Star Halle Berry scheint dagegen in ihren sexy 30ern festzustecken. Oder hättet ihr gedacht, dass die Amerikanerin bereits 52 Jahre alt ist? Gegenüber Entertainment Weekly verriet sie 2017 das Geheimnis hinter ihrem Traumbody. Demnach schwört sie auf die sogenannte Ketogene-Diät, bei welcher auf Kohlenhydrate nahezu verzichtet, dafür aber auf Fett gesetzt wird. Zu guter Letzt haben wir noch einen deutschen Star für euch. Denn auch an Traumschiff-Surprise-Ikone Christian Tramitz scheinen die Zeichen der Zeit einfach abzuprallen. Immerhin ist der Bayer bereits 63 Jahre alt. Seiner Schauspiel-Power tut das jedoch ganz offensichtlich keinen Abbruch. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch ganz einfach die Schauspielerei der Schlüssel zur ewigen Jugend. Einige Beweise haben wir ja jetzt.